hallo und herzlich willkommen zurück auf dem schwimmenden schwarzmarkt ich hoffe ihr habt die weihnachtszeit soweit gut überstanden und sitzt jetzt schön vollgefressen auf dem sofa wir können nicht umsetzen wir müssen umwandern weil wir müssen goal suchen beziehungsweise ihre drei charakter splitter die war so eine hätte ich mal für tony haben soll ach so das kommt die kim ja die können wir noch etwas verwenden okay wird das die datacette passt schon mal jetzt muss nur die fernbedienung noch funktionieren und meines charmes wird der rest dann ein kinderspiel so eine hätte ach so die kann ich jetzt nur okay das ändert sich nicht okay aber wir gucken erst mal was gute pucke zu sagen hat immer wieder bewusstlos wunderbar ja fragt es doch mal wir sind ja gerade erst am anfang des spiels und ich meine rolle ruf es ist ja schon da und kann doch halt dabei assistieren dich wieder zu bewusstsein zu bringen welche hauptrolle schläft denn die ganze zeit da gibt es einige hier dornrösten mc ryan in schlaflos in seattle hier klar geschlafen ich okay der titel heißt schlaflos aber also ich habe geschlafen bei dem film ist irgendjemand schläft halt und du schläfst auch also ist ja nur zwischen zustand weiter geht's okay ich habe gerade im hintergrund ein bisschen meine kopfhörer lautstärke bearbeitet so das hört man auch sehr laut okay also ja wenn ich sehr viel erfahren wir müssen erst mal goal suchen haben wir schon alles angeguckt weiß nicht ob der doc noch was zu sagen hat rufus wie kommst du voran nette praxis oh danke rufus ich hätte sie zwar etwas anders eingerichtet aber trotzdem ganz nett ich weiß die abschirmung des generators resoniert ungünstig mit dem induktionsfeld der magnetband spuren am hauptkondensator aber was würdest du machen baustellationsfrequenzen von teilweise über 6 gigahertz gleichbleibenden 30 tesla was schon ich würde den generator etwas nach links rücken aber könnte das bei der feldstärke nicht gefährlich sein ich würde nur ungern aus versehen einen neutrino stern in meiner praxis erzeugen du weißt doch worüber wir hier reden oder natürlich weiß ich das und ich bleibe dabei weiter nach links ja wenn du meinst ist hier sonst noch was aufgefallen das würde mich interessieren meine frauze ist das schleuse was ist das für ein seltsamer apparat nebenan in der schleuse spiel ja nicht daran herum es ist teil eines experiments totes hirngewebe durch gezielte stromstöße zum leben zurück zu erwecken leider gibt es ein paar unangenehme nebeneffekte die ich noch nicht beseitigen konnte und die wären das elektrische feld ist so stark dass sich der raum an den generator faltet und die falten bekommt man nur ganz schlecht das kennt man ja wofür ist die tiefkühltruhe da bewahre ich ersatzgehirne für meine operationen auf und meine lunchbox natürlich aber im moment ist die lehre und nichts zu futtern es sind ja zustände wie bei einer modenschau entschuldigung da muss ich doch gleich wussten bald geht's wieder los topmodel na frisch machen und passen des wortes meine praxis war cooler und größer wirklich die im haus deiner ex freundin ja nicht nur größer es haben auch mehr sachen geblinkt und sie hatte auch mehr von diesen dingern da neben der tür licht schaltern genau ach so ich wollte ich wollte praktisch ich hätte die abschne aber was wird ja ich würde den aber ich würde so weit und ich ja ist dir son so dass ich mir werkzeug von dir ausborgen bedien dich ruhig ich muss hier ohnehin nur noch ein paar feinjustierungen vornehmen und dafür brauche ich nur hammer und caugummi 1a ok meine punkte mir ja 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 genau ok was ist schiefgelaufen so wie es aussieht hat ihr gilligan die falschen datasetten angedreht dieser verbrecher golds bewusstsein ist jetzt auf die drei datasetten verteilt auf jeder datasette sind unterschiedliche ach so eine hat sie drin das abgespeichert passt schon kennst du eine facette eines charakters kennst du sie alle welches ist denn die echte goal nun jeder einzelne und keine ja ja wie bei der zucht von mimikry bombards was nein die drei goals sind jeweils teil aspekte der echten goal aber die summe ist mehr als die einzelnen teile also doch wie bei den bombards die biester haben sich wie wild wenn man nicht aufpasst was nein egal sagen wir einfach wir brauchen die kooperation von allen drei 1 das ganz spannend ohne ihre zustimmung kann ich sie nicht wieder zusammensetzen das musst du mir nicht sagen auf diese weise habe ich mal fast einen finger verloren verfluchte mistviecher okay das haben wir wir müssen goal unbedingt wieder hinbekommen ich arbeite ja dran überzeuge du sie einfach dass sie sich der operation unterzieht also alle drei versionen von mir benutze die fernbedienung um die datasetten zu wechseln wenn du alle drei überzeugt hast schick sie zu mir ins labor den rest erledige ich dann schon okay wie ging das gleich mit dem datasettenwechsel benutzt die fernbedienung wenn du nah an ihr dran bist damit trennst du kurzzeitig ihr bewusstsein von ihrem körper je nachdem welche datasette gerade in der fernbedienung liegt wird dann ein neues bewusstsein in die datasette in ihrem implantat geladen während das bewusstsein dass sich vorher in ihrem hirn befand erst im äther gepuffert und schließlich auf die datasette in der fernbedienung aufgespielt wird cool okay normalerweise fragen mich die leute an dieser stelle eher ob das nicht gefährlich ist ja ich bin halt nicht so ein weichei wie die anderen ich meine ja nur wegen bleibender hirnschäden und so im gegenteil ich bin lässig der lässige sheriff rufus mit seiner tödlichen fernbedienung des bleibenden hirnschäden okay ich werde dann mal wieder du das okay also mehr kann man nicht machen wir haben jetzt die datasetten in der fernbedienung wir gehen einfach mal los viel mehr haben wir ja nicht mit gehen einfach mal raus in die schleuse was könnten wir denn hier noch machen es ist ein techno flux induktor dinge sowas erkenne ich sofort das hatten wir schon glaube ich da wohl drauf ist wenn du nicht okay gut das hatten wir schon alles dann gehen wir raus hat sich alles geklärt auf einmal können wir nichts machen so das haben wir geklärt das haben wir geklärt offen karte hier ist noch rauf bringt wie wir können ja mal die fragezeichen abklappern hier was mich hierher die musik übrigens sehr schön hier meine grund ach du schande okay das ist viel das ist unglaublich viel moment da gehen wir noch kurz zurück ich habe diesen screen in ganz dunkle erinnerungen aber dass das jetzt gleich kommt war okay das ist ein visante blick was haben wir denn bei alles tun muss um ein spiel zu designen in diesem falle zum beispiel rohre verlegen dieses rohr labyrinth da oben das wird im späteren verlauf noch eine größere rolle spielen das haben wir mehrfach um designen müssen weil oder natürlich gleich wahrscheinlich mehr oder später wahrscheinlich mehr habe ich schon mehr gedacht aber wir haben ja vor allen dingen durch das gesamte level auch noch hohe verlegt und zwar haben wir das ist eines der fiesesten rätsel sollte es ursprünglich mal sein zumindest in kapitel vier weil es halt ein rätsel komplex ist wo man unterschiedliche sachen miteinander kombinieren und in beziehung setzen muss und unter anderem eben auch verschiedene farbige rohre die wir durchs gesamte level verlegt haben meine güte haben wir uns da einen abgebrochen bis wir da schließlich eine eine zufriedenstellende mechanik gefunden haben und ja das war wieder großartig aber das macht angst bade der als head of game design die ganze zeit über gedacht das ist doch zu kompliziert okay das schnallt niemand und im endeffekt haben wir es glatt geschliffen bekommen mit verschiedenen farbigen rohren hier unten rechts ist es allerdings von messingfarben und deswegen gar nicht so verschiedenfarben unten rechts zu den anderen rohren die ja auch alle messingfarben sind ich hätte das vielleicht an irgendeinem anderen screen erzählen sollen was hätte ich denn zu diesem screen erzählt sonst vielleicht dass es den auch als sehr altes kribbel von mich als er bevor er den eigentlichen deponia stil gefunden hat war eines der ersten gebäude auf dem schwimmenden schwarzmarkt das er mal geskribbelt hatte tatsächlich docks hausbrot und aus dieser richtung sieht man noch nicht mal dass es so richtig dass ein hausbrot ist das sieht man schon im hinterhof ein bisschen besser aber von der form hier saß schon so ungefähr aus nicht wirklich sehr gut okay also hier war jetzt marktplatz wo geht es denn hier hin vielleicht in einen etwas übersichtlicheren ort na das sieht schon ein bisschen besser aus so wer auch immer dieses rohr designt hat hat eine erfrischende respektlosigkeit gegenüber jedem sinn für effektivität an den tag gelegt ja ja test test ach achtung eine wichtige los sage ein komik nähert sich dem schwingenden schwarzmarkt ich wiederhole ein komik nähert sich dem schwingenden schwarzmarkt Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie den Freitod als Option in Kraft ziehen. Bei diesem Screen, den man gerade gesehen hat, dort unten, da kommt vielleicht noch ein schönes Detail. Vielleicht. Ich bespreche da noch. Damit lässt sich das Rohr verschließen. Im Augenblick ist es auf. Na super, jetzt ist das Rohr zu. Aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erst mal auf und behalte das für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Okay. So. Tür. Ich fasse es nicht. Es ist mir egal, ob ihr die neuen Nachbarn seid. Da könnte es der Fahner, die Letty persönlich mit einem Kuchen vor der Tür stehen. Ich würde ihn trotzdem mit der Nagelpistole... Was zum... Ach. Wer bist du denn? Ach, sie. Ja, das ist dezent, ne? Schön rosa, aber mit diesen Stacheln hier. Was hast du denn so im Angebot? Im Moment hauptsächlich Stich- und Schnittwunden für Nerven der Hausierer. Holla, die Waldfee. Ich hätte gerne ein Messer. In den Bauch oder ins Auge. Kannst du beides haben. Gott. Findest du es klug, so mit potenziellen Kunden umzuspringen? Du willst dein potenzieller Kunde sein? So wie du rumläufst, sei froh, dass ich dich noch nicht erschossen habe. Mit Betonung auf noch. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das glaube ich allerdings auch. Aber ich habe eine gute Nachricht. Oft wird dir das nicht mehr passieren. Weil ich den Weg dann kenne, nicht wahr? Eher, weil dir dann die körperlichen Voraussetzungen fürs Laufen fehlen werden. Ach, kriege ich drauf. Oh. Ich gehe dann mal wieder. Wehe, du gehst mir nochmal auf die Nerven. Äh, was passiert, wenn wir nochmal klopfen? Ich fasse es nicht. Es ist mir egal. Was zum? Was willst du denn schon wieder? Okay. Ich gehe dann mal wieder. Und Wehe, du gehst mir nochmal auf die Nerven. Ich weiß nicht, warum. Aber ich bin sehr interessiert gerade an diesen. Was ist denn? Man kann das angucken. Als kreativer Leiter eines Spielprojektes, muss man manchmal auch einfach nur großes Vertrauen in sein Team haben. Und ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, als ich mir diesen Screen angeguckt habe und gewusst habe, was dann hier alles Haarsträubendes nachher passieren soll, an Animationen und so weiter. Ach, das kriegen die schon hin. Obwohl ich es mir einfach nicht vorstellen konnte. Ich wusste nicht, wie es aussehen sollte. Ich hatte keine Vision von den Animationen, die in diesem Raum stattfinden sollten und wie die halt irgendwie skripttechnisch eingebunden werden sollten. Und ich habe einfach, ach, das kriegen sie schon hin. Manchmal hat man einfach so eine gewisse innere Ruhe. Und dann haben sie sich herangesetzt und ja, sie haben es hinbekommen. Glück gehabt. Ja, kann man so sagen. Ich bin gespannt, was dann noch kommen soll. Hm. Vielleicht war es mit dem Gündoliero. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Okay, ich hätte unten einen Handschuh. So, hier. Karte. Karte. Moment, wir sind gerade hier. Was hat er denn hier noch? Ich mag Minigames. Aber dies hier ist kein Minigame. Dies hier ist nur eine Karte. Was ich nämlich eigentlich sagen wollte, ist, ich mag Karten. Übersichtskarten, wo man in einzelne Bereiche eines Spiels hingehen kann. Die haben natürlich immer das Problem, dass man sich halt den Bereich nicht selbst erlaufen darf und muss. Beim schwimmenden Schwarzmarkt ist das schön, dass man halt ja tatsächlich sich jeden Bereich später im Spiel halt auch erlaufen kann. Man kann aber eben auch abkürzen, weil teilweise die Laufwege sehr lang sind. Und dafür dienen diese Karten. Und das fiel ganz gut übereinander, dass wir entschieden hatten, diese Karten in der Stadt zu verteilen, weil wir hier am Anfang den Spiel dann doch nicht ganz so orientierungslos da lassen, sondern halt sagen können, wir führen diese Kartenfunktion ein und lassen hier halt bei den ersten zwei Locationen wechseln halt erstmal das meiste des schwimmenden Schwarzmarktes überspringen, so dass wir direkt zum Ort des Geschehens kommen am Anfang und später kann er sich ja immer noch die gesamte Stadt erlaufen und die Zusammenhänge der einzelnen Locations kennenlernen. Ja, tatsächlich ist dies eines der letzten Assets, die für Chaos of the Pony erstellt wurden. Und ich kann es nicht anders sagen, ich mag einfach Karten. Und diese Übersicht vom schwimmenden Schwarzmarkt hatte ich schon sehr früh für mich selber gescribbelt. Und ich finde es sehr schön, dass das Ding halt jetzt auch schließlich entsteht. Und ich finde es sehr schön, dass er den Weg ins Spiel gefunden hat. Das wäre doch zu schade gewesen. Okay, dann gehen wir hier nochmal raus. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Geht er da jetzt hoch? Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Oh, den kennen wir doch. Hey, du, was schleichst du hier rum? Meinst du etwa nicht? Deswegen auch nur ein Auge durch den Periscope. Oder hast du noch einen unsichtbaren Kumpel dabei? Ha, wenn ich einen Kumpel dabei hätte, wäre der bestimmt nicht halb so unsichtbar wie ich. Und ich bewege mich unauffällig wie ein Ninja. Hm. Von wegen. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligan's Gadget Shop getarnt wärst. Ha, was ein echter Ninja ist, der braucht doch keine Gadgets. Ich kann mich jederzeit mittels meiner geheimen Stealth Kräfte in Luft auflösen. Dann tu das bitte. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Verstanden? Okay, der Typ ist etwas, was... Okay. Es passiert genau dasselbe, oder? Ja. Du Scheiße, ich hab dir doch gesagt, dass du verschwinden sollst. Bin ich ja auch. Ich bin eins mit den Schatten. Pusch. Du hast zwar einen gewaltigen Schatten, aber das ist nicht dasselbe. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen... Okay, in Gilligan's Gadget Shop gehen wir auf jeden Fall nochmal. Was ist denn das? Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Dann wird das vielleicht Overs. Ja, nee. Vielleicht. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Upsi. Warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Okay. Damit könnte ich bestimmt die Reichweite der Fernbedienung erhöhen. Dann könnte ich Goal bequem von der Couch aus hin und her schalten. Fehlt nur noch die Couch. Damit könnte ich Blanköl fehlt nur noch. Okay, äh. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Werkzeugkasten für Unterlegscheiben. Schraubenzieher rum eigentlich die Kurbel. Bei Goal ist zwar definitiv eine Schraube locker, aber Lockerheit ist ja an und für sich was Schönes. Hm, an der richtigen Stelle. Okay, hier ist auch wieder Fragezeichen angesagt. Das hier ist offenbar eine richtige Hand. Von Würfelspielen halten die hier wohl nichts. Sonst klappt das immer. Fussgummiarm. Ach, ach so. Ach nee, im Moment. Klein Venedig. Zum Marktplatz. Mal kurz gucken. Ach, jetzt sind wir hier rausgekommen. In den Hafen. Ähm. Okay. Generator. Äh. Notenständer. Stoßstange. Ah. Gondel. Gondoliero. Den Gondoliero kennen wir doch. Zum Doc. So, jetzt könnten wir uns ja vielleicht mal hier umgucken. Das sind ziemlich mickrige Köder. Ein Vergleich zu meinem epischen Wahlköder aus phosphoreszierenden Sandel. Den gucken wir uns doch mal genauer. Die will ich nicht. Das sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich. Ja, ja, ja. Okay, das ist Boses Kuttern. Was mache ich denn zuerst? Die Welt retten? Den Hirnschaden meiner Freundin reparieren? Ach nein, ich weiß. Ich schau mir diesen Eimer an. Schööööööö. da beschwert sich doch mal nicht okay das war es noch gleich was ich nicht mehr mit gläsern voller haken tun wollte das fällt mir schon wieder ein das war es noch ja eingreifen verschwinde du verscheust die fische ok da will nicht mehr reden dann gehen wir mal rüber und schauen in gilligan's gadget shop gold nutrar der unsichtbarkeit den wird ja auch zeit dass den mal jemand erfindet bananenentrümmer der hauptgewinn ist eine voll funktionsfähige torpedoausrüstung junge so eine wollte ich schon immer haben lotto spielen hat nichts mit glück zu tun man braucht nur ein unfehlbares system der lottomat scheint mein system nicht zu verstehen ok das bringt also auch nicht viel antischwerkraft socken die haben hier echt alles jetzt bin ich aber mal gespannt sehr gut die sonnenbrille der ewigen dunkelheit sieht aus wie eine normale sonnenbrille nur dass das glas mit schwarzer fahrrad wird geil geil nehmen wir mit so erst mal wieder runter ach die legt er wieder zurück alles klar gut ein saftpressenhut damit sehe ich bestimmt extra lässig aus wie ein mann von welt wäre garantiert hin und weg eine sehr gute wahl mein herr bitte vergessen sie nicht die waage zurück an ihrem platz zu liegen bevor sie den laden verlassen das merkt er doch es tut mir sehr leid mein herr aber die ausstellungsexemplare dürfen unter keinen umständen aus dem ladenbereich entfernt werden ich weiß nicht wovon du redest ist ja schon gut ach ach moment der sieht das nicht den bieten wir dann mal die brille an was also die brille ist okay einen brauchen goal und ich unbedingt für unsere stadtwähler auf elysium wir könnten ihn zum beispiel ins schlafzimmer stellen dann könnte ich direkt vom bett aus schreddern ja und was ist das hier was sie dort nicht sehen ist der goldene drache der unsichtbarkeit es tut mir sehr leid mein herr aber bei den goldenen drachen der unsichtbarkeit handelt es sich nicht um ein vorführmodell ich habe ihn gar nicht angefasst ich wollte nur meine finger etwas ausstrecken ist ja schon gut okay moment dann legen wir noch mal die socken an holen uns die brille hier oben können wir sonst nichts machen wieder runter das bieten wir mal dem guten eine sehr gute wahl mein herr von wegen ist kaputt und es ist ja sicher nicht so dass man exponate gleich bezahlen muss wenn man sie beim anprobieren beschädigt oder bezahlen sie war oder per organspende ich sehe gerade sie ist ja doch nicht kaputt mein fehler verdammt eine erkenntnis wäre jetzt nicht übel das tut mir sehr leid mein herr aber es ist nicht erlaubt die probeexemplare zu zerstören mache ich ja auch nicht denn laut etikett ist diese sonnenbrille hier unzerstörbar das ist korrekt na dann ich wusste doch dass ich sie kriege man sollte mich eben nie herausfordern was passiert wenn man das jetzt eine sehr gute wahl mein herr von wegen ist kaputt und es ist ja sicher nicht so dass man exponate gleich bezahlen muss bezahlen sie war ich sehe gerade sie ist ja ein fehler verdammt eine erkenntnis ist doch kann ich vielleicht die kurbel entkrümmen mit diesem gerät lassen sich ausschließlich bananen entkrümmen was ja bereits nützlich genug ist okay vielleicht haben mit diesem gerät gut auch nicht was hatten das sonst noch an herzlich willkommen in gelegenz gadget garten es bedient sie ihr shop oma 2000 wie kann ich ihnen helfen ist du ein roboter der gadget hier hat mich gebaut um ihm im laden zu helfen ein geschickter schachzug von ihm wo ist er jetzt diese information ist irrelevant ich bin vollkommen autark verstehe wo kann der gadget hier nur sein wir wissen es nicht wir suchen monaten wir machen uns große sorgen seine frau und die der gadget hier ist also verheiratet ja kamilla ist eine wunderbare frau ich bin täglich bei ihr und leistet ihr super lover es muss eine harte zeit für sie sein sie sollte nicht trauern wer sie im stick lässt sie muss auch nach vorne blicken menschen sind so unzuverlässig nicht wahr das sage ich kamilla seit monaten mittlerweile gibt sie mir recht roboter sind so viel zuverlässiger sagt sie warum ist der sockel dort leer er ist nicht leer was sie dort nicht sehen ist das mächtigste gadget garten finden sie es ja nicht ihn anzufassen ich glaube ich kann mich gerade noch zurückhalten was verkaufst du hier denn so in gilligens gadget garten finden sie die unglaublichsten apparaturen auf ganz deponia gucken sie sich ruhig um probieren sie gerne ein paar gerätschaften aus aber bitte denken sie daran die ware wieder zurückzulegen bevor sie den laden verlassen was denkst du denn von mir meine cpu hat eine 86 prozentige wahrscheinlichkeit eines versuchten ladendiebstahls errechnet was das ist doch eine frechheit auf welcher basis denn anhand mehrerer faktoren so wie sie rumlaufen zum beispiel diskriminieren ich bin dann mal wieder weg beehren sie uns bald wieder ja meine lotto mart banan ich glaube fast wir können jetzt noch nicht viel machen ja der gadget shop eine meiner lieblings elemente im spiel tatsächlich eigentlich so dass der traumraum für einmal wir haben in fast jedem deponier ja auch einen laden beziehungsweise leben sind sowieso einfach tolle locations für für adventure spiele weil sie da hat sich irgendwie ausrüsten können sich sachen kaufen können aber keine währung hier aber es kann da wenigstens nach lust und laune gadgets ausprobieren aber ja das ist eben nicht der einzige spaß diese total bekloppten gadgets hier einander in verbindung zu setzen um halt irgendwie ein weiteres gadget zu bekommen so was wie den tollen saftpressen hut oder antischwerkraft socken meine güte war das ein aufwand die antischwerkraft socken ich habe mir das so einfach vorgestellt als wir die animation für die antischwerkraft socken geplant hatten und ich dachte wir drehen einfach rufus einmal um wenn er an der decke lang läuft und stattdessen hat halt der animator noch mal einen kompletten neuen walk cycle für rufus gezeichnet mit einem runterhängenden mantel so eine decke lang läuft zu viel des guten aber großartig dass sie es gemacht haben total irre aber alle animationen die wir da rein gesteckt haben sind natürlich da wieder eingespart worden wo wir die aufwändigen animationen von rufus wir halten mit mit dem goldenen drachen der unsichtbarkeit umläuft die dafür hat angefallen werden eine sache die die hier noch bemerkenswert ist es natürlich dass wir cowboy dodos als zweck data setten hier im angebot haben das heißt hier wird schon unser star auftritt cowboy dodo lernen wir noch kennen cowboy dodo wird ja eine gar nicht mal so unwichtige person im dritten teil werden und das hier ebenfalls der einer meiner lieblings charaktere bzw charakterkombinationen oder gesprächssituation stattfindet und zwar dieser shop-o-mart hinterher sich mit rufus halt über den verbleib von dem gadget hier von dem besitzer des gadgetshops unterhält wo kann er nur sein die reaktion ja ist sehr schön weil es eigentlich überhaupt gar keine rolle spielt im spiel und einfach nur durch die optik wird dieses gespräch so schön aufgewertet ich mag ich mag es tja moment also es wird uns vorgeschlagen was zu kombinieren irgendwas nützliches muss ich daraus doch basteln lassen ein werkzeugkasten für ja nee nee entschuldigen sie mein herr aber ich muss sie darauf hinweisen dass das modifizieren rekalibrieren und tunen wird probe exemplare untersagt ist auch nicht wenn sie kaputt sind die unzerstörbare sonnenbrille der ewigen dunkelheit kann unmöglich kaputt sein sie ist unzerstörbar die socken zieht er aber gleich an jetzt bin ich aber mal gespannt ach so ja das bringt jetzt ja nix sie das trotzdem entschuldige ja wie und wie ist da geht es wieder trotzdem das kann ich auch ohne einmal nicht mal was kann ich nicht mag das gefühl wenn es lose in der hose hin und her klötert dann ist es seitdem so entschuldigen sie aber ich muss sie da ja okay also ich glaube wir kommen hier noch nicht weiter na halt da tut die mode zurück das ist schade es wirklich schade ansonsten kommen wir hier erst mal nicht weiter er ist bereits perfekt nehme ich zumindest an nein nämlich müssen wir vielleicht den hut auch kaputt machen es tut mir sehr aber es ist nicht so ein mist warum steht der shredder dann überhaupt hier können wir noch was zu sagen nee das vielleicht nicht bewusstsein wurde heute schon genug geschreddert das wäre jetzt auch zu krass gewesen ich würde diesen schon gerne ausprobieren aber nicht mit meinen eigenen sachen zu dumm dass die dinge automatisch mir gehören sobald ich sie mitgenommen habe aber so ist nun mal die rechtslage okay da gehen wir erst mal wieder zum talk wie es hier weiter geht das erfahren wir in der nächsten folge danke fürs zuschauen wir sehen uns da wieder und erkunden noch ein bisschen weiter den schwimmten schwarzmarkt das haben wir jetzt abgearbeitet dass man den gedrückt da wird das mal pausieren okay das hatte ich ganz vergessen ja der gute meine kommt dann auch ins spiel eine parallele ist ja eigentlich nicht zu erkennen gut wir sehen uns dann im nächsten teil bis dahin erst mal ciao